Was ist das denn für ein Quiz? Wie viele Joker habe ich? Ja, mit den Fragen. Immer auf die Frage eine Vorantwort. Wir freuen uns auf euren Support gegen Freiburg. Hey Fabi, los geht's mit der ersten Frage. Was ist dein Lieblingstier? Wer sitzt in der Kabine neben dir? Der Hund. Welche Rückennummer hast du? Florian Müller. Was ist deine Schuhgröße? 33. Wie schnell darf man in einer 30er-Zone fahren? 45. Wie alt ist Trainer Pellegrino Matarazzo? 30. Wie viele Tore schießen wir am Wochenende gegen Freiburg? 40. Danke Fabi und viel Erfolg fürs Match gegen Freiburg.